Und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us, Leute! So. Im letzten Part, da haben wir ja Bill getroffen. Oder gefunden. Besser gesagt, er hat uns gefunden. Und uns geholfen. Ja, oh man, da hinten sieht man schon ein paar Leichen. Pflastern Alice Lee. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist doch nix. Ist doch nix, mein. Wenn du meinst. Eklische Klicker. So, okay, apropos Klicker, eklische Klicker. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ich hab wieder ein bisschen gespoilert. Hier sind Klickers. Aber das kann man sich ja denken. Sobald man hier... Ah ne, das sieht man noch nicht. Lol. Das sieht man noch nicht. Oh lol, warum leckst du... Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Ja, egal, komm. Ähm, warum kann man die noch nicht sehen? Erst jetzt. Auch noch nicht. Ach, egal. Hey, habt ihr's gehört? Sei durch. Ja, ja. Hier sind überall Klicker. Da sieht man die endlich. Okay, welche Waffen hab ich eigentlich? Der Bogen könnte jetzt hilfreich sein. Wenn ich überhaupt treffe. Oder... Der darf mich jetzt nicht entdecken. Ich hab keinen Bock hier, Munition zu verschwenden. Zack, Messer. Und down ist er. Da ist er down. Apropos Messer, wie viel kann ich... Okay. Eins darf ich zerbrechen auf jeden Fall. Das macht nix. Das sind noch mehrere Klicker. Ich versuch die alle auszuschalten. Aber wenn ich jetzt einen ausschalte, mit der lauten Waffe, dann kommen alle angerannt. Aber ich muss die laut umbringen. Aber das interessiert mich ja nicht. Ich krieg das schon gebacken. Die Punkern hab ich, glaub ich, sogar schon etwas verstärkt. Das ist noch geiler. Okay. Was könnte ich jetzt gebrauchen? Eine ruhige Hand, auf jeden Fall. Ich frag mich, warum das ein bisschen leckt bei mir. Aber... Das war knapp. Ich soll mich ja nicht entdecken. Die Gruppelgestalter. Okay, jetzt schnapp ihn dir endlich. Zack. Und tschüss mal. Knapp. Uh, hoffentlich hat niemand das gehört. Das Aufstehen. Gut, das hat keiner gehört. Das ist gut. Ähm... Augenblick. Ist okay. Ja. Was gibt's hier eigentlich? Hier gibt's noch gar nix. Da hinten kann ich nochmal ein Clicker-Down machen. Mit dem Messer. Oder ich mach's noch ganz einfacher. Ich zeig euch mal die Bomben. Wie die flassen hier. Einmal hinwerfen, damit alle kommen. Einmal Bombe werfen. Und tschüss mal. Alle da und drei Stück. Schau nach, ob sie etwas dabei haben. Nehm alles mit. Ja, ich schau nach. Hier müssten Kräuter sein. Auf jeden Fall. Diesmal verarscht mich mein Gehirn nicht. Hier gibt's Kräuter. Auf jeden Fall. Ey, die haben nix fallen lassen. Aber was doch? Gewehrmunition. 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 Das ist schön. Augenblick. Hier müsste noch irgendwo was sein. Ne. Kein Kräuter. Nicht hier, sondern unten. Ja, stimmt. Ich muss ein bisschen weiterlaufen. Ich guck trotzdem. Vielleicht liegen hier Teile oder so. Ach, hier. Zack. Nehme ich gerade mit. Dem Mr. Backstein. Nehmen wir das hier oben. Immer schön alles schön überprüfen. Ich glaub, hier hab ich schon alles gut überprüft damals. Aber trotzdem. Oh, einer. Zwei. Zwei Schweine. Wollt's mir doch nicht erzählen. Du kommst hoch. Jo. Wollt ihr mich verarschen, ey? Warum konnte ich kein Messer verwenden? Ach, gestern, Alter. Oh, schade. Ich konnte gar kein Messer verwenden. Warum? Ich stand hinter ihm. Sehr gut. Oder vor ihm. Selbst vor ihm. Darf ich Messer verwenden? Egal. Kräuter einsammeln. Und die Wut ablassen ein bisschen. Immer schön relaxed bleiben. Das glaub ich einfach nicht, ey. Ich durfte kein Messer verwenden. Ich wollte ihn eigentlich abstechen wie ein Schwein. Und dann... Und das klappt nicht. Oh, Mann. Der hat mir Energie gezogen, ey. Vielleicht was das mal besser, wenn ich mich heile. Ich hab ja genug Alkohol und so ein Kram. Ich glaub, man findet sowieso noch hier genug Zeug. Ja, hier bin ich ein bisschen geschild, also nicht geschild, sondern schon etwas in Spannung, aber trotzdem geschild voran. Wir sollten sehr leise sein. Leise, genau. Und hier gab es auch, genau. Erst mal hier vorne gucken, ich glaub, da gab's auch was. Bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaub doch nicht. Nee, doch nicht. Fällt mir doch nicht und blockiert den Weg, ey. Grad du, Bill. Du bist ein bisschen so breit. Ja, renn noch lauter, dass die dich nicht hören, versteh ich eh nicht. Okay, die mach ich jetzt so down. Der eine kriegt eh nix mit. So, der ist down. Da ist er down, da ist er down. Und, schüss, Mann. Puh, viel knapper kann es nicht werden. Okay, das haben wir geschafft. Ich versteh nicht, warum der nix mit gekriegt hat. Du hast vorher nicht übertrieben, oder? Ähm, zack, zack, tschüss, Mann. So soll's sein und nicht anders. Da oben müssten welche noch sein. Aber die kommen, glaub ich, erst, wenn ich hier die Sequenz auslöse, wenn ich da rein will. Echt gruselig. Ja, da kommen die. Da ist schon der Klicker. Den mach ich diesmal mit dem Messer. Oh, Mann, das versteh ich immer noch nicht. Lieber vorsichtshalber eine Punk kann ausrüsten. Man weiß nie, was verkehrt laufen könnte. Oh, ja. Da sind die. Die mir Sorgen bereitet haben. Das sind mehrere. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich weiß nicht, wo die überall laufen, hinlaufen. Den kann ich aber da oben ausschalten. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ein bisschen zu... Ich mach das ein bisschen zu riskant, finde ich. Da war da noch einer. Solange er das nicht mehr mitkriegt, dann schnapp ich mir den und kill den. Wo ist der andere hin? Da kommt er. Der kommt da hinten wieder. Der braucht ganz schön lang. So, dein Kollegen habe ich schon down gemacht. Kollege da vorne. Und jetzt bist du als nächster dran. Kannst du dich entscheiden, wohin du laufen willst? Ich will nicht drauf losstürmen. Nachher sieht er mich. Darauf habe ich keinen Bock. Mann, ey, Bill. Leise. 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 Wer ist denn hier so laut? Ich bin so laut. Aber er ist down. Da ist er down. Okay. Äh, das war's. Aber er hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe. Klappe. Aber ich schalte die Klappe, Mann. Na, da kommen die alle. Und wollen frei Vögel. Ohne so bezahlen. Ah, ja. Was gab's hier? Hier gab's noch Infizierte. Ja. War ja logisch. Aber bevor ich hier weitergehe, ich hab was vergessen da vorne. Mein Gott. Das hab ich einmal vergessen. Aber ich hab noch was anderes vergessen. Ähm. Nicht ein paar Teile vergessen hier, bitte. Ah, gut. Alles klar. Jo, okay. Wir haben hier so gut wie alles. Ich weiß nicht, ob die mich hören, wenn ich jetzt laut loslaufe. Ich will's auch nicht austesten, ehrlich gesagt. Aber ich glaub, das hören die nicht. Nee, das hören die nicht. Was gab's hier? Nix. Nix. Und was ist da hinten? Sobald ich die sehe und ich so laufe, ich glaub, das hören die dann. Also mit Lauschmodus. Und Lauschmodus. Ich die sehe. Das hören die dann. Wenn ich so rumlaufe. So, kein Messer könnte ich. Basteln. Lass ich aber noch. Oder? Ja, ich lass noch. Ich hab noch genug Freiplatt. Na, freien Raum. Um noch Sachen einzusammeln. Vielleicht tue ich ein Medipack machen. Gab's da überhaupt was? Um was zu... Nee. Solange ich noch nix finde, wo man ein Medipack erstellen kann, mach ich auch noch kein Medipack. Vielleicht finde ich ja währenddessen noch ein fertiges Medipack. Hier auf jeden Fall Firefly-Anhänger mitnehmen. Muss man nicht, aber ich will's. Und was gab's hier? Nix. 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 Keine Tabletten, keine Drogen. Ah, erste Hilfe. Erste Hilfe sag ich so Nahrung. Ich meinte Nahrung. Erste Hilfe. Also, falls was ist und ihr habt schwere Schmerzen und so und Kugel verletzt, also eine Kugel hat ein Bein getroffen oder so, isst immer was, das heilt. Sofort. Okay, wieder leise sein. Hier kommen wieder Schweine. Da sieht man schon einen Klicker. Das ist kein Klicker. Das ist eine Pädosau. So, hier auf dem Dach müssen noch Teile liegen. Oh, 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 oh. Die können mich da unten sehen. Von unten nach oben. Aber das wollen wir ja nicht. Ich frag... Oh, Leute, ihr macht so einen Krach, ey. Ich frag mich, warum wir nicht entdeckt werden. Oh, Mann. Naja, ich stehe im Garten. Und hab'n Harten. Warum sieht er die Ellie nicht, ey? Nee, das wird nix. Da ist doch ein Klicker, Mann. Ach, irgendwie hab' ich dies nicht mehr drauf, wie man die ausschalten muss, ohne entdeckt zu werden. Falls ich jetzt entdeckt werde, scheiß drauf, pankern raus und wegballern. Ein Schuss. Ein gezielter Schuss, das langt. Und die sind... Da, oh. Wo ein Ladstuhl-Kollege? Wir wissen selbst nicht, wohin die Larchen. Die laufen wie Rentner. Durch die Hinterhöfe. Wie die Rentner. Den kann ich dauernd machen. Schiss, Mann. Klicker, 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 klicker. Henne! Wenn der dich jetzt sieht... Ich glaub' auch, überlebensmodus, das könnte ich gar nicht schaffen, ne? Also so, was ich grad gemacht hab'. Der wird mich entdecken. Okay, wie machen wir das jetzt? Klicker down? Ja, klicker down. Boah, das geht! Wow! Ich bin grad ein bisschen geschockt, aber es ging. Ich dachte, jetzt bin ich down durch den Klicker. Ich hab noch keinen Abwehr... Kack. Wow, es ging. Nice. Nice luck. Einfach nur ein Lacker. Ich bin voll der Lacker. Okay, das wollte ich eigentlich nicht so machen. Ich wollte die wirklich alle leise ausschalten. Ohne, dass mich irgendein Spacko sieht oder hört. Aber... So geht's auch. So geht's auch. Okay, jetzt nicht so rumrennen. Ich weiß nicht, ob da noch welche sind. Ich glaub', das war's. Das war's, Leute. Das sind keine mehr. Das sind keine mehr. Und wenn welche kommen, dann hol ich die Banker. Oho, spielst du Fußball? Spielt der Fußball mit dem Stuhl? Okay, dann spielen wir Fußball mit dem Stuhl. Ich hab keine Zeit. Was mach' ich da? Dancing-mäßig. Ich mach' den Moonwalk. Yeah, yeah. Oh, Pfeil und Bogen. Uh, ja. Pfeile. Die sind nützlich. Den Bogen kann man auch hier nochmal finden, falls man den vorübersehen hat. Jaja, man hat immer noch Möglichkeiten, wie Teile oder so, so finden, wenn man die vorübersehen hat. Aber nur bestimmte Teile. Ich weiß nicht, ich hab' irgendwie das Gefühl, ich vergess' hier was. Ne, das will ich nicht haben. Scheiß Glarscherben da. Da tritt noch ein Klicker rein und tut sich weh. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen's richtig machen. Mit Sprengsatz und alles. Das ist richtig. Okay, das war's. Das ist das Erste. Jetzt geht's hier weiter. Aber irgendwie... Na, komm. Pass drauf. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre denn damit? So, was könnte ich hier machen? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Okay. Sehr vorsichtig. Na klar. Jetzt hab ich wieder einen... ...Technik. Drinnen Sie noch mehr von diesen Kalkkabdingern. Kacke. Was ich hier gerne mache. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Richtig. Das ist schon scheiße. Ein bisschen. So. Ja, renn rein, renn rein. Oh, vollidiot. Ne. Verbrennt. Verbrennt doch. das glaube ich nicht ja, rennt rein, bitte verbrennt, bitte, bitte, tut mir das an bitte, verbrennt warum braucht ihr so lange um... ah, jetzt ich dachte, ich hätte es umsonst geworfen nochmal nein, die tun mir das nicht an das ist schön so, okay ich glaube, das war's das waren nur die mehr nicht okay was gab's hier? gab's hier überhaupt was? nein im Garten ist nix stehen viele Garten und hab viele Harten okay, warum sing ich das? keine Ahnung, mir ist langweilig hier ist nix oh man, mein Hals ah ja, was ich erwähnen könnte ah ne, später im nächsten Part ich hab eine schöne Story, was ich heute erlebt hab so richtig kacke und richtig cool, irgendwie auch für mich eigentlich cool dass ich bestanden hab ach, ich erzähl's im nächsten Part aber jetzt erstmal schleichen 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 und alles beobachten ich glaub, da hinten, wenn denn ach doch, alle down alle down das sind die down warum schleich dir? vielleicht sind die doch nicht alle down ja, ja, vielleicht sind die doch nicht alle down punkter was ist da? oh ja ganz viele Sachen so, jetzt könnte ich ein Messer machen hab genug Sachen so, und weiter geht's okay, los, okay aufs Mondo, wir los rüber das sollte rein, na los, na los, na los Gibt's hier überhaupt Klicker? Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte die die Schule ist hier nebenan und dann gehen wir rein okay, das ist eine Ansage die Schule ist nebenan und wir gehen rein okay, ich sag schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zusehen und tschau